Hallo, Dusselchen wieder da. So, hier sind wir wieder am... Ja, wir waren... Komm schon. Guck mal, die Bombe fliegt da in der Luft rumpf. So, wir waren hier bei der Fingfelle stehen geblieben vor ein paar Sekunden. Genau. Okay, wir machen hier auch weiter, weil... Ja. Ja. So, und jetzt an Zickr kann ich nur an Dominos denken. Das ist uncool. Guckt euch das an! Ah! Mann! Wie könnte in der Hinterpalast von Mario passen? Hallo, mein süßer Dussel. Ich bin übrigens ein Mädchen. Okay, du bist nur lesberisch, weiß ich. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwertechnik. Sei bereit! Ja, ganz ehrlich, Siegher hatte recht. Das ist pervers. Wirklich. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halt hier B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du, ähm... Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau mal in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampfer-Shirt? Besuche mich einfach wieder. Ja, du bist pervers. Bämst. 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 Tschüss, das müsste gerade mal sein. So. Hallo, Eule. Ja, ich möchte. Also, die hat jetzt kurz im Unknars. Sie nimmt uns einfach mit runter. Yay, wir fliegen. Yay. Ja, ich bin verrückt. Ich war es. Hallo. Piem. Oh, da wird einem doch schwindelig. Jippie. Runter ins Dorf. So, wo bin ich jetzt? Genau, ich bin hier auf dem Haus da. Und. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich falle da runter. Wir wollen doch das Herzteil haben. Mein Herzteil. Yay. Jetzt haben wir schon wieder eine halbe Dings voll. So, okay. Damit hat mir auch den Berg erledigt. Und was hat die Fee gesagt? Wir sollen mal einen... Beruf aber schon. Machen wir jetzt auch. Da, 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 da. Der Magie-Grupp. Yay, meine Magie lässt sich für dich toll. Okay. Also laufen wir jetzt. Wir laufen, 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 laufen. Laufen, laufen. Laufen, laufen. Laufen. Ah, ja. Ich bin schon ein bisschen verpeilt. Ähm. Ja. Ich muss irgendwie aufs Klo. Ähm, ja. Fällt mir mal gerade so ein. Ich rede normal immer mit mir. Von dem her sage ich das dann auch. Öfters. Yay, Kata, Anka, out. Kata, Anka, out. Bade, 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 bade. Entschuldigung. Ähm. Ja. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Also, wir müssen hier noch ein paar Sachen erledigen, außer zu der Fee laufen. Wir müssen... Na gut, wir müssen nicht. Wir können... Wir können auf jeden Fall jetzt... Ähm... Also erstmal den Maskenladen. Die Maske abgeben. Also das Geld für die Maske abgeben. Du hast sie verkauft. Fantastisch. Dann zahl mir nun meine 10 Ruine für die Putzmaske. Okay. Bezahlung erhalten. Gut, dann möchte ich bitte die Maske. Ja. Wie schön, Master. Trage sie mit C, um an anderen zu erschrecken. Du fühlst dich wie ein böses Monster. Toll! Gefällt mir. Okay. Das ist die Schießbude. Schießbude. Schießbude ist gut. Ich kann das nicht. Ich kann nicht schießen. Echt nicht. Okay. Nein, ich wollte gar nicht hier hoch. Ich wollte eigentlich da unten in die Tür reinsteppen. Hm. So. Kann ich spielen? Mini-Bowling-Mann. Oh, der hat süße Augen. Oh, was? Hey, ein Kunde. Willkommen auf der Bombing-Minen-Bowling-Bahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ja, ich weiß. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet ja. Ja. Okay. Okay. Oh, das hatte ich fast vergessen. Yay, ich kann Krabbel-Minen gewinnen. Okay. Okay, also, ich muss hier hin. Ey, so ein Glück habe auch immer nur ich. Leute. Wisst ihr, wer sich gerade verarscht fühlt? Ich habe ja immer nur gehalten. Oh, das ist praktisch. Ah, da ist ein Hühnchen. Hühnchen, denk nicht mal dran. Okay, und jetzt ist da noch ein Big-Hühnchen, ne? So ein Big-Chicken. Yeah, Big-Chicken. Leute. Nein, Big-Chicken, hau mal. Oh, Gott. Ich mag das hier echt nicht. Ja, 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 ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Toll. Krabbel-Minen. Finde ich gut. Die Krabbel-Minen. Willst du nochmal spielen? Ja. Oh, das kannst du gewinnen. Gut, das Herzteil. Genau. Das will ich auch. Ich hatte es jetzt eigentlich leicht, weil das Ding oben war. Ich habe... Etwas ist das irgendwo an der Seite, wo ich es wieder nicht treffe? Oh, nein. Oh, nein. Du, so ist falsch. So triffst du das niemals. Oh, ich bin gut. Nein, ich bin für nur ein Schusslacker. Oh, jetzt kommt das... Oh, jetzt kommt wieder das... Weg, Hühnchen. Einfach mal losschicken, das Ding. Hühnchen. Du bist dumm. Und dieses Hühnchen ist so ein bescheuertes Hühnchen. Oh, nein. Hühnchen. Doch, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen. Soll ich dir was sagen? Du stinkst. Wirklich. Wie kann man eigentlich so viel Pech haben? Das gibt's nicht. Wenn's ums Herzteil geht, ne? Oh, bitte. Nein. Oh, Hühnchen. Verpiss dich. Mann. Ey, glaubt ihr's? Guckt euch mal das Hühnchen an. Immer. Immer, wenn ich das hier losschicke, ne? Stellt sich ihm wieder... Nee. Nee. Ach, kommt schon. Hühnchen. Oh, Antivir. Nein. Ja, ich mag nochmal. Toll. Ich will keine Bomben. Bomben interessieren mich nicht. Ich mach jetzt einfach nur... ...die ganze Zeit das da. Weil mich Bomben nur keinen Scheißdreck interessieren. Was ist das? Oh, das interessiert mich nicht. Ja. Was ist das? Okay, das interessiert mich jetzt doch. Jetzt muss ich wieder gescheit spielen. Ich weiß nicht. Nein, muss ich nicht. Muss ich doch. Ich weiß nicht. Hühn-Tier, geh mal weg. Oh cool, ich hab nur noch ein paar Sekunden. Und dann wär's das wieder für... Für heute? Hab ich schon einen Schnitt gemacht? Ich glaub schon, ne? Ja. Ich bin so verpeilt. Ja, ich würd sagen, ich versuch's jetzt einfach mal weiter und erzähl euch nicht mal, ob's geklappt hat. Bis dahin, ciao!